moin moin meine lieben holtaschen und willkommen zurück auf meinem kanal das wird ein kurzes info video darüber ich habe ja gestern gesagt dass heute eigentlich ein neues video dazu kommt für design aber es wurde kurzfristig etwas etwas verändert in meinem zeitplan ich bin seit gestern bei einem kumpel und ich komme auch erst morgen abend wieder nach hause das heißt heute wird es kommen je nachdem wann morgen abend ich nach hause kommen würde ich dann auch dementsprechend noch ein video machen von design und das dann mit euch noch zucken und falls es nicht mehr reichen sollte so dann wird auf jeden fall am montag ein video bekommen aber ich hoffe natürlich dass ich morgen ein video rausbringen kann wir gehen einfach mal davon aus dass wir das ich das morgen noch machen kann und ja soll dafür leute auf jeden fall werde ich noch sagen einen schönen tag noch und dann bis morgen